Ein einfacher Sterblicher, der es wagt, einen Gott zu töten. Der Roman trägt den Titel Gottesmörder und der Autor heißt Lou Kongwen. Mein Chef befürchtet, dass dieser Roman seinen Gesundheitszustand beeinflusst. Finden Sie Lou und töten Sie ihn. Enttäuschen Sie uns nicht. Feuermäne? Wer ist dieser Feuermäne? Zumindest kein Sterblicher wie du. Das ist deine Geschichte. Du entscheidest, wie es weitergeht. Sobald Lord Feuermäne dein Leben fordert, bist du so gut wie tot. Feuermäne! Ich bin gekommen, um dich zu töten. Zeig dich! Er ist ein Gott. Du wirst ihn nicht besiegen können. Ein einfacher Sterblicher, der es wagt, einen Gott zu töten. Er ist ein Gott. Er ist Gott, ein Gott. Sie haben Dost.